Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnab.de, Ihrem Online-Outlet für Markensofas. Heute mit einem ganz berühmten Modell, berühmt, aber ein bekanntes Modell von Keuner. Harris heißt es, gute Teil. Mit Rückenverstellung, mit elektrischer Sitztiefenverstellung, zeige ich Ihnen gleich. Und in Leiter B Toro Silence, so ein Steinton, grau-braun gemischt. Ich würde Stone sagen, Keuner nennt das Silence. Nun, zuerst fällt auf, dass man hier etwas legerer sitzt, wie zum Beispiel bei Schillig. Nicht ganz so fest, hier ist wirklich Material drauf zum Kuscheln. Die Rückenneigung kann ich per Feinraster verstellen. So ist es bequem, wenn ich mich etwas reinlümmeln will. Und so habe ich den echten Hochlehnsitzkomfort hier versteckt. Das sind zwei Tasten und da geht nicht der Sitz vor, sondern der Rücken zurück. Vorteil, Sie brauchen weniger Kraft dafür. Und zweiter Vorteil, Sie können beide Rücken separat verstellen. Also links und rechts, wie Sie wollen. Jetzt ist mir das zu steil. Jetzt mache ich so zum Beispiel zum Launchen und kann meinem Nachbar mit dem Longchair noch meine Physikredenzen oder ich lege mich hier gleich hin und habe hier volle Liegefläche. Meine Beine ragen darüber raus. Das ist sehr positiv, weil dann kein Blutstau in den Fersen zustande kommt. Dieses Teil hier kann ich auch verstellen. Und zwar geht es immer so um circa 15 Zentimeter und das reicht aus, um einfach in eine Launching-Position zu kommen, die mir das Lümmeln erlaubt, die mir es bequemer macht auf dem Sofa. Sehr wertig verarbeitet hier mit dieser Nussbaumschatose mit den schwarzen Füßen. Das Leder B-Toro, wo alle Naturmerkmale sichtbar sind, ist ein Glattleder, das pflegeleicht ist, aber halt nicht so geschleckt aussieht wie manches Longlife-Leder. Die Wohnkombi hat das Longchair rechts, immer davor stehend wird das betitelt rechts. Drei manuelle Kopfteilverstellungen, zwei elektrische Sitztiefenverstellungen, wo sich der Rücken bewegt. Deshalb sieht man es erst gar nicht. Alles drin, alles dran. Die Gruppe ist schweineteuer. Mir wurde es fast schlecht, als ich gesehen habe, dass das Ding an die 10.000 Euro Listenpreis geht. Gut, bei Kölner klicken Sie schon 20, 25 bis zu 30 Prozent, aber dann zahlen Sie ja immer noch 7.500 Euro für das Teil. Wir haben jetzt Schnäppchen bekommen, dieses hier. Und dieses Schnäppchen stammt aus der Hausausstellung. Und deshalb sieht man auch, dass es schon besessen worden ist. Und hier vorne rechts hat es einen mini kleinen Schaden am Holz. Und deshalb haben wir das Ding nochmal um 40 Euro reduziert von 4,99 auf 4,59 plus Versandkosten. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Oder Sie kommen hier in 72186 Empfingen vorbei und schauen die Garnitur live an. Sie können bei uns Probesitzen, Probewohnen immer Freitag, Samstag oder nach Terminvereinbarung. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofa sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, werden wir für einen Like dankbar. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de Also fatto ich es 72. tiempo. AufMM 4. Verstehe.